Dein größter Fußballmoment war? Das ist echt schwer zu sagen. Es gibt wirklich viele. Ich glaube der letzte richtig schöne Moment war auf jeden Fall der Aufstieg mit Werder Bremen in die erste Liga. Das war richtig cool. Champions-League-Titel sicherlich auch ganz cool und dann der U20-Weltmeister-Titel. Aber ich glaube so die erste deutsche Meisterschaft, mein erster größerer Titel mit Turbine in Potsdam damals. 2009 war das und das war mein erstes Frauenjahr in der Bundesliga dann auch. Und das ist glaube ich das, was am meisten hängen geblieben ist bisher. Das Besondere an der Nationalmannschaft ist was? Ja, eigentlich, dass ich mit meinen alten Freunden treffe und auf Ungarn schreden kann. Und wenn wir so Lehrgang haben, das in Ungarn, dann natürlich auf Essen und so. Mit wem würdest du gerne mal etwas trinken gehen? Da fällt mir so ganz spontan ein Claudio Pizarro. Aber damals habe ich auch immer gesagt, Ottmar Hitzfeld fand ich immer als Trainer ganz cool. Das war mal irgendwie auch so der erste Trainer, den ich so ein bisschen bewundert habe. Pep Guardiola wäre auch nicht so schlecht, würde ich auch nicht Nein sagen. Aber so spontan ist mir da Claudio Pizarro eingefallen. Du hast Geburtstag, wer soll dir ein Ständchen singen? David Beckham. Das ist ja echt der Knaller. Oh, David Beckham habe ich auch vergessen. Mit dem hätte ich auch gerne schon mal einen Kaffee, würde ich auch gerne einen Kaffee trinken gehen. Erzähle deinen Lieblingswitz. Nee, das kann ich echt gar nichts zu sagen. Ich bin so schlecht. Also ich kann mir nicht mal Witze richtig merken. Gut, nächste Frage. Der beste Sportmoment, den du live miterleben durftest? Ja, also mit meiner ungarischen Mannschaft noch Champions League zu spielen. Das auch. Gegen Bayern München. Da habe ich zwei Tore gemacht. Wie hieß die Mannschaft? Viktoria FC. Zwei Tore gegen Bayern? Ja. Aber wir haben 5-2 verloren, aber egal. Das schneiden wir raus auf jeden Fall. Gabi hat zwei Tore gemacht. Hast du da auch offensiv gespielt? Oder hinten links? Nee, also links Mittelfeld. Kuchen. Das muss man erst mal schaffen. Die beste Spielerin, mit der du je zusammengespielt hast? Also ich glaube, ich kann wirklich tatsächlich nicht nur eine nennen, sondern damals in meiner Potsdamer Zeit, ich glaube dieses ganze Rundum-Paket. Mein Vorbild damals eben auch war Anja Mittag auf jeden Fall, die auch gerade so, was Menschlichkeit angeht, auch überragend war und eben fußballerisch auch so viele verrückte Dinge auch gemacht hat. Und ansonsten so, wenn es jetzt rein um das Fußballerische nur geht, war das auf jeden Fall Fatmir Bayramay. Oder jetzt heißt sie Alushi mit Nachnamen. Weil das war schon damals, 2010 glaube ich, haben wir dann zusammengespielt bei Turbine. Was sie im Training und in den Spielen geleistet hat, da konnte man schon immer ganz gut hingucken. Und ja, das war schon, das ist schon die Spielerin, die ich immer am heftigsten fand auf jeden Fall. Mit wem würdest du gerne einmal für einen Tag tauschen? Kann ich, glaube ich, auch David Beckham sagen. Ja, oder Victoria Beckham. Ja, stimmt. Noch besser. Dann bist du an Davids Seite. Ja, stimmt. Das darf mein Mann übrigens gar nicht sehen, ne? Hoppala. Das schneiden wir jetzt auch nachträglich dann raus, ne? Ist ja klar. Das schönste Tor, das du je geschossen hast? Ähm, da gibt es ein paar, glaube ich. Ja, da gibt es tatsächlich. Also, ich finde immer, über ein Freistoßtor freue ich mich natürlich auch immer besonders. Aber so an das, was ich mich jetzt auch so erinnern kann, war das Tor gegen Gladbach im Testspiel. Wo ich so ein bisschen Fußballtennis gefühlt gespielt habe. Da ist Maren, glaube ich, damals außen durch gewesen zur Grundlinie und spielt dann so in den Rückraum, 18 Meter zu mir. Und dann, ja, kam mir der Ball entgegen, dann kam die erste Abwehrspielerin auf mich zu. Und dann habe ich ihn, glaube ich, als erstes über sie drüber gechippt. Dann kam die nächste Abwehrspielerin, dann habe ich ihn so mit der Hacke so drüber gehoben. Und dann kam die Torhüterin raus und dann habe ich eben so im Karate-Kid-like den Ball noch so reingeschossen. Und das war so ein Tor irgendwie, ja. Ja, das war gut. War ganz gut, ne? Gabi, von wem würdest du dir dein Lieblingsgericht kochen lassen? Dann müssen wir erst mal wissen, was ist dein Lieblingsgericht? Brashoi. Brashoi? Ja. Habe ich gut ausgesprochen? Brashoi. Okay, und was ist das so? Ja, das ist so, also kann man mit Hähnchen oder Schweinfleisch machen, mit Erbsen und das guckt man so zusammen. Und von wem würdest du dir das gerne kochen lassen? Von meiner Mama. Von deiner Mama? Ja. Oh, ich dachte jetzt kommt nochmal David Beckham. Nein, das kann nur meine Mama machen. Werder bedeutet für dich? Oh, ziemlich viel. Auf jeden Fall. Also ich fand Werder schon immer damals sehr, sehr cool, als kleines Kind. Und seitdem ich dann, ja, zu dem Verein gekommen bin, war das echt, ja, ich will jetzt nicht sagen wie Liebe auf den ersten Blick, aber es ist schon eine Herzensangelegenheit auf jeden Fall hier und man fühlt sich hier sehr wohl und ja, kann sich auch vorstellen auf jeden Fall, wie es auch so schön heißt, lebenslang grün-weiß, ein Leben lang auf jeden Fall mit dem Verein auch verbunden zu sein. Ich würde gerne von dir wissen, wen wir als nächstes nominieren sollen. Wir nominieren Verena und Lisa. Yay! Gabi, was guckst du denn am liebsten bei WerderTV? Und wo denn bei der Fische? Echt jetzt? Ich guck ja am liebsten das Kreuzvorher. Muss ich auch so machen? Da oben aber. Wieso? Achso, okay, dann nochmal. Schießt du mich? Tju-Tju-Pokum.